Das hier ist die Pimax Portal, eine tragbare Spielkonsole a la Switch oder Steam Deck, die aber auch gleichzeitig eine VR-Brille sein möchte, so wie Samsung Gear VR oder Google Daydream vor ein paar Jahren. Aber das ist noch nicht alles. Das Ganze ist auch eine Set-Top-Box mit Kinect-Funktionalität und noch so vieles mehr. Oh meine Güte. Das Ganze wurde gestern beim Pimax Frontier-Event vorgestellt und in diesem Video habe ich die ganze Veranstaltung mal auf 15 Minuten gekürzt und wir finden heraus, ist das der pure Wahnsinn oder ist das einfach nur genial. Bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht es jetzt los. Willkommen zurück bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Ja, das Gerät ist eins in allem. Nicht nur Spielkonsole, nein, auch VR-3-Handset für den Mainstream und es ist eine Breakthrough-Portable-PC-Gaming-System-Station und es ist auch das ultimative Wohnzimmer-Entertainment-Hub. Und natürlich sind das nicht vier verschiedene Geräte, nein, es ist nur ein Gerät. Es ist das Pimax-Portal-Gerät, was wir in diesem Video aber mal sowas von kennenlernen. Oh meine Güte, ich hatte so viel Spaß gestern bei der Veranstaltung und ich freue mich, dass ich das Ganze nochmal für euch jetzt in 15 Minuten zusammenfasse. Also, das ist die Spielkonsole Pimax Portal und wie ihr seht, dieser Mensch hier auf dem Sofa hat super viel Spaß. Das Ganze hat eine 4K-Auflösung. Vergleich das mit der 720p-Auflösung von eurem Steam Deck und ihr merkt schon, dass euer Steam Deck leider der letzte Dreck ist. Spaß beiseite, ja. Und das Ganze hat auch eine Cool-It-Technologie. Das heißt, sehr schöne Farben und auch richtig gute Schwarzwerte. Da sind wir mal sehr drauf gespannt. Ja, und das Ganze hat aber auch 144 Hertz. Also 4K bei 144 Hertz, das ist schon ordentlich. Da kann man schon sagen, hey, das möchten wir alle haben. Wie kann man sowas realisieren? Ja, mit der Reprojection-Technologie, die wir aus der virtuellen Realität kennen und sie sagen, sie wenden das zum ersten Mal jetzt auf einem Handheld-Gaming-System an. Interessant. Das Ganze hat 32 physische Buttons. Das ist schon recht viel für die 10 Finger, die wir haben. Und es gibt einen Analog-Trigger. Ne, zwei davon. Ja, gut. Kennen wir schon von anderen Headsets und Konsolen. Das Ganze wird mit einem XR2-Chip-Satz befeuert. Den kennen wir natürlich von der Quest 2 und auch von der Pico 4. Das sollte also für VR schon reichen. Das Ganze kommt mit Wi-Fi 6E. Das heißt, der schnelle Datendurchsatz der Kabellose ist garantiert. Und es gibt auch eine 5G-Version. Außerdem gibt es noch YGIG. Das ist nochmal ein extra Modul für alle von euch, die vielleicht noch besser streamen wollen. Ja, dann hat das Ganze vier Kameras für 6-DOF-Tracking. Das ist tatsächlich interessant. Denn ja, damit kann man das Gerät natürlich sehr gut tracken. Es kann sich selbst gut tracken. Es kann die Controller dann später gut tracken. Und es gibt auch eine Kinect-Funktionalität. Die zeige ich euch nachher noch. Und sie sagen hier, es würde auch toll mit AR-Spielen funktionieren. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Na gut, das Ganze basiert auf Android. Das heißt, ihr habt alle Android-Spiele zur Auswahl. Und damit kann man natürlich dann auch gut streamen. Xbox, Playstation 4 und 5. Da gibt es gute Streaming-Apps. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da sehr gut streamen kann. Ja, nochmal hier die kleine Zusammenfassung für das Gaming-Handheld. Also analoge Trigger, 32 Tasten, Bluetooth 5.1, WiFi 6e. Und es gibt auch MicroSD. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Das Ganze kann man also noch erweitern. Und ja, der XR2-Chipsatz, der da benutzt wird. Und die vier Kameras, um das Ganze zu tracken. Interessant. Ich kann mir schon vorstellen, dass das als Gaming-Handheld schon gar nicht mal so schlecht ist. Müssen wir natürlich noch abwarten, wie lange die Batterie hält. Mini-LED als Hintergrundlicht. Und QLED-Technologie, ja, das könnte schön werden. So, jetzt aber VR 3.0. Das Ganze kann auch als VR-Headset benutzt werden. Und diese Controller hier, die gehen hier magnetisch ab und dran. Ja, nicht schlecht. Ja, wer mag keine Magnete? Bitte aufzeigen. Und das Ganze wird in so ein Headset gesteckt. Wie damals bei Samsung Gear VR oder Google Daydream. Er erinnert mich sehr an Daydream. Von dem ganzen Design her. Und die Controller kommen dann in VR-Controller rein. Die VR-Controller haben dann Infrarotlicht und können dann dementsprechend von den vier Kameras des Systems erfasst werden. Ist schon sehr interessant. Also Samsung Gear VR in 2022. Und wenn Nintendo das mal gemacht hätte mit der Switch, wir hätten alle gejubelt. Das Interessante ist, es gibt auch hier verschiedene Linsensysteme. Eins, das Standard mit 27 Pixel per Degree. Und das ist schon sehr hochauflösend. Das Ganze hat Sound. Ja, kommt ihr an den Seiten raus, wie bei Quest und Pico 4. Und es gibt auch eine Portal Social Edition. Und die hat dann Eye-Tracking und Face-Tracking. Das heißt, es gibt verschiedene von diesen Headsets. Die Portal Social Edition hat dann eben Augentracking und Face-Tracking. Ja, das Ganze hat ein HDMI-Kabel. Das heißt, ihr könnt das mit eurem PC verbinden und habt dann ein Bild, was normales USB-Kabel nicht hinbekommen kann. Das ist schon eine spannende Geschichte. Also das, was wir von der Pico 4 uns erhofft hatten, hat dieses Gerät. Und ihr könnt dann aber auch noch ein 60 GHz Y-Geek-Modul kaufen, welches schon seit ein paar Jahren angekündigt wurde für Pimax-Geräte. Naja, vielleicht klappt es ja jetzt. Also ihr seht schon, man kommt hier gar nicht raus aus den Neuigkeiten, die man hier euch berichten möchte. Also Portal View, 27 PPD und 100 Grad FOV. Das ist so normal. Ja, ich denke mal, es ist horizontal. Das ist ganz in Ordnung. Und es gibt noch eine andere Linse. Und da hat man dann 40 PPD. Das ist extrem hochauflösend. Und das ist dann nur für Filme gedacht. Und da reichen auch 60 Degrees FOV. Dann gibt es noch eine weitere Version davon. Das Ganze nennt sich Portal Horizon. Und das kann dann 140 Grad FOV. Das sind dann diese normalen Pimax-Superbreiten-FOV-Dinger. Also anscheinend gibt es da drei verschiedene Headsets. Portal Horizon, Portal Social Edition und die normale Portal Edition. Ja, also es gibt hier einiges zu berichten in diesem Video. Ja, nochmal die Zusammenfassung. Wir haben hier diese Controller. Die sind magnetisch. Und die kann man dann in diese Controller reintun. Und den Screen kann man hier in diese Headset-Halterung reintun. So wie damals bei Samsung Gear VR. Und dann hat man eine VR-Brille. Und das ist eine Standalone VR-Brille. Das heißt, man wird Standalone-Games, so wie auf der Quest, spielen können. Aber man kann das Ganze auch mit dem Computer verbinden. Und zwar entweder per Streaming oder mit einem Kabel. Und dann kann man seine Steam-VR-Spiele spielen. Interessant. Und in diese Headsets ist auch eine Audio-Lösung eingebaut. Und noch eine extra Batterie hinten. Und ich denke, dass diese Batterie ihre Energie über Pogo-Pins dann an das Handheld abgibt. Ja, interessant. Ist schon sehr interessant. Wir müssen abwarten, wie gut das Ganze funktioniert. Und hier, da seht ihr das native HDMI-Kabel, was dann zu eurem Rechner geht, wo ihr dann Steam-VR ohne Kompression spielen könnt. Ja, und hier seht ihr noch 60 GHz Y-Gig und die Powerstation. Und dann könnt ihr noch besser kabellos streamen. Ja, die Pimax Portal, diese Spielkonsole und dieses Headset, das ist tatsächlich auch schon fertig. Und das Ganze könnt ihr bei der Pimax Roadtour bestaunen. Und unter anderem ist da das MRTV-Hauptquartier in Dortmund eine Station. Also bald werden wir das Ganze tatsächlich selbst ausprobieren können. Ja, und wie ihr seht, anscheinend ist es so, es gibt eben verschiedene Headsets. Also einmal mit der Standardauflösung, mit dem Standard 27 PPD. Einmal mit Höherauflösung PPD. Und einmal diese Ported Social Edition mit Augentracking und Facetracking. Und ja, genau, das sehen wir jetzt hier. Die Frage ist dann natürlich, kommt das alles raus und wird das von Developern auch unterstützt? Denn da sehe ich wirklich das größte Problem. Sie überlegen sich hier total interessante Hardware. Nur, wie wird diese Hardware unterstützt? Wird es da irgendjemanden geben, der da Spiele für macht oder der das unterstützt? Und hier jetzt das Nächste noch. Da zeigen sie jetzt irgendeine Kanone, wo man dann den Joystick reinlegen kann. Oder hier ein Tennisschläger. Nur, wer macht die Software? Wer macht die Games dafür? Ich kann es mir einfach bei bestem Willen nicht vorstellen. Na gut, na gut. Und das Ganze kann man auch noch sehr schön zusammenlegen, wie euch dieses Rendering hier zeigt. Und das Ganze wird dann aufgenommen von einem Backpack. Das seht ihr jetzt im nächsten Moment hier. Und in diesem Backpack wird sich das Gerät nach 24 Stunden vermehren. Und ihr könnt dann die zweite Version euren besten Freunden schenken. Ja, Spaß. Aber vielleicht auch nicht Spaß, wer weiß. So, als nächstes Breakthrough Portable Gaming System. Und das ist auch total irre. Portal XL. Man kann dieses kleine Gerät nämlich in eine größere Hülle stecken. Und dann hat man auf einmal ein 8,8-Inch-Screen mit noch 120 Hertz. Und die kleinen Controller kommen dann auch hier in die etwas größeren hinein. Und die passen dann rechts und links an dieses größere Tablet. Ja, Transformers. Also, als ich das in der Präsentation gesehen habe, dachte ich mir auch so, was ist denn hier los? Das gibt es doch gar nicht. Wie viele neue Produkte packt ihr denn in diese Vorstellung rein? Und wer soll das denn alles kaufen? Oder halt dafür entwickeln? Oder keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, langweilig wird es bei Pimax nicht. Ja, diese Portal XL Version hat auch 60 GHz Y-Gig. Und damit wird dann eine Verbindung aufgenommen. Und zwar mit einem kleinen Mini-PC. Den sehen wir gleich auch noch. Ja, aber erstmal müssen hier die Controller wieder in diese größeren Teile hineinkommen. Genau. Und da muss ich euch echt sagen, da habe ich bei der Präsentation ziemlich abgeschaltet, weil ich es nicht verstanden habe. Vielleicht versteht ihr es besser. Naja, wir werden sehen. Also erstmal nochmal hier total ergonomisch alles. Und jetzt kommen wir gleich dazu, wie das Gerät sich verbindet. Nämlich mit einem PC. Mit einem speziellen PC anscheinend. Ja, hier sehen wir noch Steam 4R. Also da kann man dann seine Steam 4R Spiele streamen. Hier, okay. Das Ganze verbindet sich mit eurem PC über Y-Gig. Das geht noch. Aber hier, das hier. Das ist anscheinend irgendwie ein Mini-PC mit einem AMD-Prozessor und Wi-Fi 6E. Und da könnt ihr dann anscheinend auch irgendwie Content drüber erhalten. Und ja, mit Split-Rendering. Die Technologie gibt es von Nvidia. Und die wird hier anscheinend benutzt. Oder auch nicht. Es hörte sich vielleicht einfach nur gut an. Für diesen Teil der Präsentation. Und das war es. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da gezeigt wurde. Und ja, da müssen wir uns einfach selber überlegen, was das Ganze hat. Das finde ich schön, dass man das Gerät aufstellen kann. Das Portal XL. Portable PC Gaming System. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar zum ultimativen Wohnzimmer-Hub. Denn es gibt dafür einen Dock. Und dieses Dock steht unter eurem Fernseher. Und ja, dank der vier Kameras kann das Ganze dann auch benutzt werden wie ein Kinect. Kennt ihr noch von Microsoft Xbox Kinect? Das war seinerzeit ja schon sehr voraus. Jetzt bringt euch Pimax das aber wieder. Und ihr könnt da anscheinend irgendwelche Kinect-Spielchen spielen. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendeinen Developer gibt, der da irgendwie was für macht. Aber natürlich als normale Konsole am Fernseher wird es dann schon funktionieren mit dem Dock. Und ihr könnt dann dementsprechend auch Netflix, Prime und Hulu schauen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Und dass das auch eine Funktionalität ist, die einige von euch dann auch wirklich benutzen würden. Ja, das ist es. Das ist Pimax Portal. Ziemlich krass, oder? Also da haben sie wirklich einiges in diese Präsentation reingepackt. Und wenn man das Ganze so am Stück sieht, ja, und vom ganzen Fluff befreit, wie ich das jetzt gemacht habe, sieht das ja schon recht interessant aus. Das Spannendste ist jetzt natürlich, wie teuer wird das Gerät sein? Mit diesen ganzen Funktionalitäten und das erfahren wir gleich im nächsten Part der Vorstellung. Ja genau, das ist nochmal hier das Full-Body-Tracking, das Kinect-Full-Body-Tracking. Ist interessant, kann ich mir auch vorstellen, dass es klappt. Nur, wer wird das unterstützen? Das ist die große Frage. Die Software, die machen die irreste Hardware hier, nur die Software dafür. Die wird wahrscheinlich fehlen. Und wir kommen zum Preis. Die billigste Portal kostet 299 Dollar. Das ist nur das Handheld-System. 256 kostet 399 Dollar und die QLED-Version mit 256 GB kostet 549 Dollar. Wenn man jetzt auch noch dieses VR-Headset dabei haben möchte, bezahlt man nochmal 50 Dollar mehr, also 599 Dollar. Und das ist schon ein sehr annehmbarer Preis. Und jetzt kommen wir dann auch leider zum Haken. Denn das ist nicht einfach nur ein Gerät, was man kaufen kann und wo man dann einen rechtsgültigen Vertrag abschließt, um das Gerät zu kaufen. Nein, das Ganze wird ein Kickstarter. Und da haben wir ja leider bei Pimax nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Deren Kickstarter, das war der erfolgreichste VR-Kickstarter aller Zeiten, aber es dauerte so lang, bis die Headsets dann wirklich bei den Käufern, bei den Unterstützern ankamen. Im Endeffekt kamen sie alle an, aber es dauerte einfach super lang. Und dass sie jetzt wieder Kickstarter wählen, um das Gerät zu finanzieren, finde ich persönlich leider schade. Und ich glaube auch, das war nicht die allerbeste Entscheidung. Eine Kickstarter-Kampagne unterstützt ihr immer aus eigenem Risiko. Das heißt, ihr habt kein Anrecht auf das Produkt. Wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dass die niemals ausliefern, habt ihr Pech gehabt und eure 549 Dollar sind einfach weg. Also dementsprechend doof ist das. Aber jetzt bin ich wirklich auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von Pimax Portal? Denkt ihr, das ist ein Geniestreich? Oder denkt ihr einfach nur, oh Mann, das ist der pure Wahnsinn? Bitte schreibt es mal unten in den Kommentarbereich. Ich kann echt nicht erwarten, von euch zu erfahren, was ihr davon haltet. Und sagt mir auch, werdet ihr bei dem Kickstarter mitmachen, obwohl der erste Kickstarter halt so lange gedauert hat, bis da was an den Mann und an die Frau kam? Bitte schreibt es auch mal unten in den Kommentarbereich. Ja, jetzt beim Aufnehmen dieses Videos ist mir aufgefallen, dass das Gerät gar nicht mal so verrückt ist. Und dass die ganze Präsentation, das Ganze nur, ja, nicht im wirklich besten Licht hat dastehen lassen. Wenn man sich einfach nur das Gerät anguckt, hey, das ist halt ein Portable, was man wo reinstecken kann. Und zwar in ein Headset. Ja, eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht. Aber wie sie die Präsentation aufgebläht haben und da von einem Superlativ zum nächsten ging, das war dann wieder einfach nur over the top. Ja, lasst den Daumen hier, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr diesen Kanal tatsächlich noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das doch jetzt und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und auf jeden Fall auch mit uns chatten. Wir haben eine ganze Discord-Gruppe zum Thema Pimax Portal und der Link ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Würde mich sehr freuen, euch dort zu treffen. Das war's. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.